Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Last of Us Pod 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und Dankeschön an alle, die meine letzten Videos bewertet haben. Noch mehr Pillen. Haben wir schon wieder genug? Ja klar, haben wir schon wieder genug. Okay. Tja, dann lasst du vor der Tür stehen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh man, dieses Gas. Oh, guck mal, das nehmen wir. Das ist ein Witz, oder? Toll, gleich wegpacken. Kein Thema. Bleibt auf eurer Insel. Die Sonne geht unter. Ne, echt? Ist ja auch schon später Abend. Okay, so später Abend nicht, aber es ist Abend. Jetzt dürfte vielleicht... Gut, mal angenommen, es ist jetzt... Ja, es dürfte jetzt so Sommer, Herbst sein, ne? Dann dürfte jetzt ungefähr 19, 20 Uhr sein. Oh, hier geht's anscheinend... Geht's da hinten? Jetzt verdrückt mich hier, ich denk schon. Hier komm ich da oben. Oh ne. Ach, toll. Da bist du einmal ganz entspannt. Ich muss dir jetzt platt machen. Was meinst du? Es ist eine Ehre, aber... Das Wurfsland ist trostloser. Der Wurf ist auch hier! Beide stark! Das hat ja super funktioniert. Ja, deine Kollegin, die ist nicht mehr. Und du jetzt auch nicht mehr. Cool, cool, cool. Alles Munition. Was ist denn das Gebäude? Nein! So. Google nicht so rum. Von wo? Ich seh ihn nicht mehr. Ach, toll. Da steht noch einer. Doch! Ach. Oh Mann! Oh Mann! Ich bin ja. Ich bin ja in den Wachdürmen. Und die Ältesten fanden, ich sei bereit. Und jetzt, wo du hier bist? Was meinst du? Es ist eine Ehre, aber... Das Wurfsland ist trostloser als ich dachte. Wie konnte man jemals hier leben? Das erobern mich, wie sie in Mist. Dank ihr leben wir einfach. So viele Gebäude, dieser Überfluss, diese Verschwendung. Wir untergehalten... Wölfe! ... ... ... ... ... Irgendwo oben... Was ist das? Ach, da oben hockt er, ok. I see you. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Er kommt um die Ecke und trifft mich direkt. Ach, da kommt der nächste. Ach, da kommen die nächsten paar. Oh, Mann. Ja, ja, ja. Schaltendem verdießt das, ja. Habe ich nun nicht. Ok, wir gehen hinten hin. Ich muss auf jeden Fall zuerst den Schützen da oben ausschalten. Oh, hey. Hier ist es gut. Ah, ja. Das war's für heute. Ok, 3 hätten wir schonmal. Der Schütze da oben geht mir auf die Nase. Ich seh ihn halt nicht. Ah ne, ich seh ihn halt nicht. Es kann sein, dass ich gleich in die Offensive rein rein muss. Nicht hier. Nicht hier. Mist. Oh jeez. In diesem Gebäude! Ja ja, mein Wecker geht wieder. Die Folge ist leider vorbei. Aber die will ich jetzt hier fertig machen. Boah. Irgendwo da oben. Also gut. Wie es weiter geht. Das waren wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Kommt da jemand? Ne. Bleibt dran. Lass gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Verdammt! Tschüss! Tschüss!